Schöne Hallöchen an euch allen. Auch der Dienstag ist besonders begehrt. Kommt ihr vor, als ob wir jetzt schon einen goldenen Oktober hätten, aber da wird erst Donnerstag kommen, der goldenen Oktober. Wie gesagt, zwei Tage vor morgen wird er erst kommen. Aber das sind schon mal die Anzeichen dafür. ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 der streit schon der blaue himmel aber ich empfehle auf jeden fall schön sonnig dienstag so da wieder bis dann